Spaten, Stich für ein Gewächshaus, das Abhilfe gegen den Hunger in Nordkorea leisten soll. Machthaber Kim Jong-un nahm am Freitag an der feierlichen Zeremonie in der Nähe von Hamhung teil. Mangelernährung ist in Nordkorea nicht nur im Winter ein Problem. Das Land hat wenig fruchtbares Ackerland, eine kaum mechanisierte Landwirtschaft und ist vom Klimawandel besonders betroffen.